ARD Text im Auftrag von Funk 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 Wir müssen so, wir müssen immer gleich sein. Er gibt immer synchron? Ja, meistens. Wir müssen neben dir mit dran sprechen am Tisch. Eigentlich wäre es dich gewesen, aber... Ja, es heisst Liebe. Ja, ich liebe es, mit euch zusammen zu arbeiten. Nein, das wäre schon so. Wenn er gerne vor der Kamera ist. Also, er liebt Polybre. Von dem her. Das ist schon schwierig. Ich halte den Loris. Er geht an Loris und damit eine weitere Übereinstimmung. Voilà! Oh, das ist schwierig. Ich lebe so wie... Das ist Marco. Das sind ein paar Jahre mehr. Ich bin auch nur zwei Jahre alt. Das ist echt klar. Das ist wirklich klar, oder? Das ist wirklich klar, oder nicht? Ja, Edith. Ja, Edith. So, ins Inge ist ja auch ein bisschen... Ja, weißt du... Ja, weißt du... So ist es nicht. Das würde ich sagen. Das ist leider keine Vereinstimmung. Nein. Nein. So ein Scheiss-Frogs. Ja, das ist... Das ist doch klar, oder? Iches-Frogs. Ag Labor? Es ist doch einfach ein regularer Punkt zu sagen. Ne, wir brauchen diesen Körper-ized-Frogs. Genau, Astrid.